Eine Lawine namens Oktagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Nach zwei hoffnungslos ausverkauften Turnieren in Frankfurt und einem weiteren in München ist Notoberhausen an der Reihe. Der Ort, an dem das Viertelfinale der Tipspot Gamechanger-Pyramide um eine Million Euro ausgetragen wird. Die größten Namen der deutschen Szene werden nicht fehlen. Bei Oktagon der ungeschlagene deutsche Kämpfer und Frankfurter Superstar. Christian Eckerling. Und natürlich das Gesicht der besten Matches. Der unsterbliche Christian de Kelt Jungwirth. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen. Kartenverkauf unter eventteam.de Und das sehen. Achtung. Abonniert die Geltungser. Wir befinden.